Das Hotel Sigeus und Affaires Le Clos-Beaumisch liegt in 10 in Normandie. Der eine Gast, der das Hotel bewertet hat, empfiehlt dies zu 100% weiter und vergibt 4,5 von 6 Sonnen. Dabei hat er das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsprogramme bewertet. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Service Ein hervorragender Service wird ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4 von 6 Sonnen. Gastronomie Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels Die Gäste geben nur 3 von 6 Sonnen für die Küche. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.